Ich wollte nämlich unten den Dingsminer fertig machen. Noch eins habe ich hier alles im Gepäck, das Teil und die Dinger waren das noch und gehst so an. Der Void meiner 2 ist jetzt auch an. Dann ein Hover Mode, die Kiste, das Ding zum Rauslutschen. Nicht da hin, sondern nicht da hin. Da hin. Ich glaube das reicht. Baut da jemand schon wieder eine Voltmeinung? Ja, den für die Steine. Sand, Kies und so weiter. Ich muss noch gucken, ob die Kabel reichen, die ich hier habe. Man müsste eigentlich dahinter schreiben, wie viele Spielstunden man dafür gebraucht hat. Oh, zu viele. Und die Stromkabel noch. Die können hier an die Seite. So. 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 Der läuft voll. Kann ich das wieder ausziehen? mal gespannt was da jetzt noch rauskommt ja was fällt eigentlich kommt jetzt so was wie netherstein noch? es kommt noch basalt, marble, ich glaube concrete tut der auch machen und terracotta und all sowas clay kommt noch irgendwann kommt auch obsidian dann wirklich das nethergelumpel und ich glaube mit dem letzten kommt sogar endzeug also endstein ach hier ich habe noch die loot chest von der letzten aufnahme wow, eisen, toast sandwich und nickel alles was ich nicht brauche darauf wollte ich jetzt erst mal gehen damit wir speed upgrades machen können und ich das hammer, nice warte, machst du jetzt schon quest 5? für speed upgrades, ja speed upgrades für was? für die item leitung jetzt brauche ich da speed upgrades, ich brauche gold block of redstone und upgrade base da, die mache ich aus goldplatten wo war denn der dreck? wo war denn der dreck? ja schon mal ein upgrade base, yes, geil und äh schon mal ein upgrade base, yes, geil und äh ja 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 kann man das nicht irgendwie automatisieren? mit einer glocke oder so? ne so nicht so auch nicht schade 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 ich finde es einfach nicht mehr das ist doch nicht zu passen äh hast du es dir nicht mit einem raypoint markiert? gute Frage ich glaube nicht dann bist du selber dran schuld, würde ich sagen weil er eigentlich so extrem offensichtlich war du hättest, warte mal, einen nether oder? ne, ich hatte ja einen normalen hier da hättest du ja jederzeit einen raypoint setzen können oder du hättest ihn aus dem nether geholt da gibt es mehr als genug place spawner ich hab mal anderen gekonnt ich hab mal anderen gekonnt so machen wir erstmal die achte hier ja das und das ähm die kommen unten rein auf jeden fall boah leck mich doch am hinteren was hallo? ähh standbild im in game ich glaub mein spiel schmiert grad ab hörer ist flüssig Ich wollte gerade die nächsten vier Speed-Upgrades in die Transfer-Note mit den Erzen legen. Ja, bei mir ist es abgeschmiert. Oh, jetzt kann ich die Kessel verbrauchen. Ich starte ganz schnell neu. Ist ja nicht das Problem. Komplett oder bist du immer vom Server runter? Nein, der ganze Launcher ist abgeschmiert. Ja, jetzt erstmal Schwarzbild bei mir. Ach, das ist toll. Ah, jetzt. Jetzt sieht man halt den Ladebildschirm unten mit einer schön schwarzen Leiste, weil ich den nicht mit F11 auf Vollbild machen kann. Ach, Mann. Guck ich so lange mal beim Handy rein. Gestern, wo ich die Aufnahmen ohne dich hatte. Ich glaube, das war die letzte Aufnahme. Da musste ich einfach zum Ende hin zwei Cuts setzen. Grund war, die Alexa ging auf einmal los und hat O-Tanne-Baum abgespielt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Die hat auch nicht geleuchtet oder so. Die Alter hat echt gestern in einer Waffe gehabt. Oder wo meine Schwester zu Besuch da war. Die ging einfach an. Das war echt seltsam. Whatsapp ist nichts los. Instagram. Die Selina hat was gepostet. Dann geht's. Das war's. So So, na komm, wird fertig mit Laden. Ja. Na endlich. Erstmal Vollbild schalten. Vollbild schalten, wenn ich kann. Ich bin noch nicht drin, ich hab immer noch den Dreckbildschirm, also den Dörth Hintergrund. Lade Terra. Und da bin ich drauf. Okay, hier kommt Basalt, Roter Sand, Marble und Potzol. Ah, nicht wieder? Ja, du kannst. Amen. Wenn... Das kann... Haken wir denn die Spikes drin? Dort da. Hm... 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 Jetzt. So, ähm... Et... Et... Tech... Reborn. Der Tier 3. Ach, stimmt. Melonen, Kürbisse und Prismarinen braucht der. Ja... Hier haben wir doch so schön viel... Da sind die... Kürbisse... Und die Melonen hol ich mir schnell draußen. Hä, warum hab ich ne bunte Brille im Gepäck? Haben mich sogar zugeworfen, falls du willst. Ne, wir haben doch schon eine, oder? Weiß ich nicht, ich hab die halt gerade gefunden. Nö, ich hab die jetzt einfach weggeschmissen. Äh... Schmeiß doch mein schönes Geschenk an, mein Müll. Nö, ins Wasser hab ich sie geschmissen. Wir haben tatsächlich keine Melonen angepflanzt. Und wir haben keine Melonen zieht. Willst du mich vereimern? War er denn auch? Hä, hatte ich kein... Warte mal, doch. Ich hatte welche mitgebracht. Oh, dann. Ich hatte draußen schon Melonen angepflanzt. Die hab ich aber dann glücklich wieder weggemacht. Das heißt, wir müssten Seeds haben. Mach ich's jetzt ganz anders. Da ist der Markt. Ähm... Ich brauch nämlich zwei komplette Melonen. Auch kostet sogar nur ein Emerald. So. Dann kommt das jetzt erst einmal da hinten rein. Äh... Das kann erst einmal raus. Das, das, das und das. So. Ich hoffe, das war so in der richtigen Reihenfolge. Ja. Äh... Und ich baue unten wieder alles ab. Was? Ja. Ich geh jetzt auf den, äh... Void... Miner Tier 3. Warum hast du dann erst alles gesetzt? Damit ich sehen kann, was da rauskommt. So. Und hey, wir können Pot-Soul bekommen. Eh... Pot-Soul. Ach so. ich wusste nicht dass der meiner so günstig ist hier ich sollte vielleicht den controller hoch mitnehmen ja so da haben wir den controller und jetzt brauche ich vier laser muss ich noch ein herstellen vier laser strukturpaneele brauche ich 52 stück ich habe 45 aber die kosten nicht viel was habe ich gesagt ich brauche ich 52 1 2 3 4 5 6 7 das hammer das hammer struktur frame tier 3 56 stück tier 3 ich brauche obsidian 56 x 4 53 3 und 56 jetzt geht das wieder los 56 labes blöcke 3 x 56 prismarine shots und dann war das kiandai 56 stück habe ich nur noch 9 macht man die aus blau und grün glaube ich jetzt an dass es regnet bis nacht oder tag tag sonst wäre ich schon schlafen gewesen und glaube es genau 56 56 56 durch 2 sind 28 genau so viel brauche ich dann doch nicht haben wir schon mal 39 das 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 einmal brutzeln lassen die kommt da rein und ich brauche 56 dafür noch 9 stück da muss ich wieder strukturframed tier 2 vorbereiten dass ich auf 56 stück komme das würde ich gleich wieder freuen was denn ich sehe da unten die quest kann ich sogar machen mit der eva erweiterung und was bedeutet du kannst gleich wieder ewig lang rum baste und was soll das jetzt für eine arbeit darum sein ich sollte einen crafter herstellen ein item storage und prozessor also irgendwas ähnlich wie eine meh wahrscheinlich jetzt also denke ich mal dass das wohl im hintergrund alles bleiben kann obwohl das sieht ehrlich gesagt wie zugriffsteile teilweise aus besonders der crafter und dieses item storage aber keine ahnung das läuft ich glaube ich bleibe nicht was ist das du dir du 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 Die Tier 1er, ich brauche Refined Iron. Welches her ist doch nicht schlecht, äh, schwer, nicht schlecht, nicht schwer. Ich brauche, ach du scheiße, wie viel brauche ich denn davon, äh, soo, 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 ein Regenmeer. Ich brauche noch mal welche von den Dingern, damit das Wasser schneller in den Tank zurückkommt. Ich habe keine Jetpack-Sounds mehr. Musst du auch kurz das Spiel beenden und leften und neu reinkommen. Hä? Ne, einfach Jetpack an- und ausziehen. Hä? Was hell? Warte. Was hab ich hier? Wieso stellt der das nicht mehr her? Was soll denn die Scheiß auf einmal? Jetzt. Jetzt stellt er Clay, Babel, Blas, Baseit. Roter Sand, Leid, Blas, 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 Blas. Ja, es wird dann noch mehr kommen. Oh, was ist denn jetzt hier los? Äh, muss ich das mal nach oben setzen. Ich hab ja noch die Solar-Panelen, die ersten. Ne? No Power-Use. No Power-Use. Ich verstehe das nicht. Du fehlst mich doch ganz verarschen. Was denn? Ja, jetzt auf einmal geht es wieder. Vorher ging es nicht. Da hat das Training bei 15,0 noch irgendwas aufgehört und hat keine Platten hergestellt. Ah, aber das ist ein Spaß für das zu automatisieren. So, vier Stück. Vier Redstone und vier Gold. Das, das, das. So, das kommt jetzt zum Wassertank. Das muss dann also da rein. Sieht gut aus, oder? Was? Guck mal, Wassertank rein, wie leer und voll das wird. Es wird immer noch leer, es ist voll, aber es geht auf jeden Fall besser. Ja, das sind halt nur vier Upgrades und ich kann dort bis zu 16 Upgrades reinhauen. Wie viel? Bis zu 16 Stück. Äh, was wollte ich denn jetzt herstellen? Verdammt, ich noch eins. Das hier. Ja. Wenn wir schon bei den Leitungen sind, dann stelle ich auch eine Leitung her. Ich glaube aber die andere Fluid-Leitungen brauchst du nicht, oder? Äh, ich habe keine Leitung hergestellt. Naja, du verwendest da ja die ganze Zeit diese andere Leitungen. Und eine Quest besagt, dass ich von... Guck mal, die da halt herstellen soll. Ja, das sind die Fluid-Ducts. Davon habe ich jetzt schon das Item-Duct die Quest fertig. Es ist halt die Frage, ob wir die überhaupt verwenden, aber... Ich glaube es mir eher nicht. Außer die sind günstiger herzustellen. So eine Lense brauche ich noch. Wann wird? Hallo? Ach, jetzt. Glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Kacke muss ich wieder herstellen. Ich finde das ehrlich gesagt ganz angenehmer ohne Jetpack-Sounds. So... Stich. Und ich brauche wieder Eisen. Und ich brauche keine Lenscore mehr, die Hammer. Strukturpaneelen haben wir auch. Ich brauche nur noch die Strukturframedingsbums gedöhnt Sachen.